Heute seht ihr die dritte Sendung über das Splash Festival mit den exklusiven Live-Bildern von der Hauptbühne, die nur wir haben und die ihr sonst nirgendwo sehen könnt. Heute haben wir das besondere Schmankerl, euch La Familia zeigen zu können. Wir haben aber auch noch andere Schmankerl, aber lange Rede, kurzer Sinn, La Familia. Ich stehe jetzt hier mit Legenden, kann man sagen, denke ich es berechtigt, des deutschen Hip-Hops, Klassiker, La Familia. Man muss einschränken, dass es der Teil von La Familia ist, der heute auf dem Splash auftritt, denn ein paar haben es nicht hierher geschafft, aber erstmal sollen sich die Damen und Herren selbst vorstellen hier. Beat Sampras Martin Stieber a.k.a. Mr. Ma Christian Stieber Ja, ja, ja. Ladies and Gentlemen Von Ray Afro Oh 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 Zwei Mann an jeden Eingang, der Peinkram erledigt sich fast hier von allein kam Bringt lieber alle in ein Klang, statt alles immer allein gehör Ladies and Gentlemen, Legendary von STF, Fast Forward! Ein Effekte und kein Schickschlag, dass ihr Hargo-Rap ist schlitzack Heftig, eckig, dreckig, schreck, wir reiten in Rottmoss und kein scheiß Schöpfer Wer ist weniger, wer, wer ist weniger? Dieter Rhein, hier geht an alle Freizeit, Liga-Sinniger, Della Familia, Mike Check Fickt euch alle weg, Rap ist kein Heck, Dreck, Dreck, es fliegt weg Ladies and Gentlemen, aus Heidelberg, Christian Stieber Mama's Liebling, ja, ich bin der kleinere Trinktower Mein Acker ist so voll wie Manhattan, so Rush Hour Keygroups mit Beats, mein Job ist Big Power Hip-Hop ist ein Klauer, verpass ich das ohne Schauer Heute tragen die Gondel Trauer, ich hab mehr Ausdauer Wie Pieces und Tags der Berliner Mauer Hip-Hop für mich, was für deine Eltern, Flower Power Keine Phase meines Lebens, die ich bedauer Einmal Mako, zweimal Stieber 1, 9, 6, 8, ihr 1972 sind ich mein Kaliber Und wenn ich kein Plan hab, piss ich dich nicht ab Verbreit ich kein Kack, mach ich kein Brat Sondern schweig lieber Stieber Twins, zu zweit nie Solo Marshall Moon Hier spricht robenlose Dremus Hier ist keine Stieber-Demos Will mich schmissen, die quälslos Ich los, problemlos Schick ich dich zum Pinkeln auf Darkclose Dein Randspruch ist rahmenlos Du raps bloß für Moos Doch bis jetzt reicht bloß für Tschetschen-Bungalos Die Rose will da Was? Überwittert Ich spart mehr in Schoß Von Männern, weniger von Kindern Den Schmerz, den der Kobalt verursacht, lindert Wir sind dann Alte neue Beats Trennen den Weizen von der Spreu Männer pissen Seiner sieht's Seiner oder Rap-Keats Rap oder Beats Ihr habt die Wahl Was ihr kauft, ist mir scheißegal Ich soll weiterhin für dicke Beats Seid sicher War der Koch Und das Familie So, ich hab euch jetzt schon als Legenden des deutschen Hip-Hops bezeichnet Ich denke, dass es kaum einen gibt, der das in Frage stellt Aber wie seht ihr das? Wie findet ihr den Titel für euch gerechtfertigt? Oder würdet ihr es eher als anstrengend empfinden, in diese Kategorie gehoben zu werden? Ne, als anstrengend würde ich es eigentlich nicht bezeichnen Es ist sicherlich eine Ehre, wenn man als Legende bezeichnet wird Aber im Grunde genommen, es gibt uns nach wie vor Und es wird uns weitergeben Und wir werden so lange weitermachen, wie es geht Und so lange Legenden bleiben, wie es eben auch geht Tja Was soll ich sagen? Es ist fast alles gesagt eigentlich Also, ich meine, Legende ist halt irgendwie Es hat schon ein schweres Es hat so ein bisschen auf die Schultern drauf Ja, eben Aber ich meine, wir haben zu einer guten Zeit gute Sachen gemacht Und vielleicht ist es nicht zu Unrecht so irgendwie Also, ich meine, seid ihr euch eigentlich darüber bewusst Wie krass es ist, dass man mit drei Songs Ist ja Wenn man es runterbricht, sind es nur drei Songs Einen dermaßenen Status sich aufbauen kann Also, ich glaube, das hängt natürlich damit zusammen Was die Komponenten sind, weißt du? Ja Also, die Komponenten, die diese La Familia Songs produziert haben Sind ja schon für sich Auch schon teilweise zu dem Zeitpunkt, als sie entstanden sind Auch schon Legenden gewesen Ich meine, die Stiebers waren vor ihrem ersten Album schon mad famous, weißt du? Und dann kam es halt zusammen Und es war halt der richtige Zeitpunkt Der Tat war, wir haben es gerade mit viermal durchgestartet Der Carsten und ich standen so kurz vor unseren ersten Alben Die Stiebers haben gerade das Ding gemacht Und es war genau die richtige Zeit Aber ich glaube einfach, dass zum Beispiel auch die La Familia Maxi Das Zusammenkommen von all diesen Kräften so Schon einen ziemlichen, also so einen super krassen Synergieeffekt hat Oft ist es ja so, du hast irgendwie so ein All-Star-Team Und die Leute kommen zusammen Und das, was rauskommt in der Gesamtheit Ist nicht so gut wie die einzelnen Sachen Und ich glaube, bei uns war es einfach so Dass das einfach das Beste aus allen rausgebracht hat Als wir zusammengearbeitet haben damals mit der Maxi und so Und das ist, glaube ich, das, was die Leute auch so als gespürt haben Jetzt, als ihr alle angerufen wurdet Und man euch informiert hat, dass man das Ganze plant Wie waren eigentlich eure ersten Reaktionen so? Wie hat sich das für euch angefühlt? Also die erste Reaktion war einfach Der Cursor hat angerufen Der hat also gemeint Zehn Jahre Splash Man sollte irgendwas Außergewöhnliches machen Und dann hat er mich gebeten Dass ich dann mit meinem Bruder zusammen Irgendwie die alte Sache mit ihm machen könnte La Familia Fanden wir immer gut Dafür stehe ich Und sind wir hier heute Aber Das Gefühl war ein gutes Gefühl Und es ist nicht so, dass irgendwie Ich meine, ich habe keine Ahnung Aber man hat sich ja auch lange Wahrscheinlich nicht so intensiv gesehen Man verliert sich so ein bisschen aus den Augen Man wohnt in unterschiedlichen Städten Das kennt eigentlich jeder Wie ist das so, wenn man sich nach so langer Zeit wieder begegnet? Ja, es ist ja nicht so, dass wir uns nie getroffen hätten Zwischendurch Oder irgendwie uns nicht über den Weg gelaufen wären Aber es ist halt schön So aus diesem Anlass Nochmal zusammen zu kommen Eine Probe zu machen Irgendwie die alten Dinger Wirklich irgendwie Nochmal drauf zu ziehen Und auch machen zu wollen Und dann auch zu einer Primetime Irgendwie auf der Hauptbühne hier aufzutreten Super, auf jeden Fall Und ich hatte da auch direkt Bock drauf Vielleicht ist die Frage zu dem Team Aber gab es irgendjemanden Der Textlücken hatte? Textprobleme? Kann man das gestehen? Du? Ja, ich glaube ich war so der Ich glaube ich habe da den Gewinn Das Gewinne losgezogen Was Texte angeht Also Ich muss sagen, dass die Jungs eigentlich alle ziemlich sicher waren Also die Stiebers haben halt Harte Zeiten und solche Songs auch noch lange performt Du musst aber auch sagen Wie viele Texte du zwischenzeitlich geschrieben hast Du hast einen viel höheren Fundus in deinem Kopf Den du irgendwie verwalten musst Die Stiebers haben vielleicht gerade diese drei La Familia Tracks parat Und da können wir auf diesen Fundus eher zurückgreifen als du Du musst erstmal blättern Wir können direkt zugreifen Und deswegen hat der Curse da wahrscheinlich auch Probleme gehabt Wir für unseren Teil haben das teilweise auch in unsere Show eingebaut Und der Curse hat die Sachen, ich weiß nicht, seit 5, 6 Jahren bestimmt nicht mehr angerührt Oder geschweige denn mal Vielleicht auf YouTube mal kurz reingesappt Aber dann war er auch erstaunt, was er da eigentlich gerappt hat Und das müssen wir heute Abend jetzt gucken Dass wir das so verkaufen, als wäre es nie weg gewesen Du warst erstaunt, was du gerappt hast? Nein, nein, natürlich nicht Aber es gibt, also ich sag mal so Es gibt Momente, in denen ich was von mir höre Was altes, wo ich mich an keine Zeile erinnern kann Ich weiß zum Beispiel von dem Song, den wir zusammen mit Tony L. gemacht haben Nicht ein Satz, nichts Also, keine Ahnung Und teilweise hört man dann natürlich auch so Delivery-Sachen Wo ich mir da, boah, was hab ich denn da und so, weißt du Aber alles in allem so Ich hab jetzt die Texte 2-3 Mal durchgegangen Ich hab sie mir auch nochmal geschrieben, angeguckt Und jetzt sind die schon drin Also, ich werde heute Abend hoffentlich irgendwie keinen Hänger haben Das wird schon alles genau Nur, das ist halt so Ich muss da erstmal wieder reinkommen Aber das klappt dann schon Und das Langzeitgedächtnis hat es irgendwo abgespeichert Ganz hinten so Also, das klappt schon Ihr seid hier weil ihr Hip-Hop liebt und weil ihr Hip-Hop im Herz habt, Ladies and Gentlemen Und die Leute, die heute hier auf der Bühne stehen Auch wenn ihr sie vielleicht nicht sofort erkennt, wenn ihr sagt Ah, warte mal Das sind die Leute, die Hip-Hop in Deutschland erfunden und geprägt haben, Ladies and Gentlemen